Apfelsalat haben wir jetzt auch. Malt wird auch. Ja. Wann denn hier so fein ist? Ah ja. So, perfekt, hat ein bisschen gedauert gerade, aber okay, gut, ich hab 28 von 30 Likes, na super. Das sehe ich bei mir halt immer noch nicht. Ja, es ist merkwürdig, warum ich das sehe. Ja, I don't know. Das ist wirklich nur für einen Koop-Spieler, dass er das so sieht und ein paar Buffs abgeben kann, oder wie das? Ah, ich weiß nicht, ich weiß auch, ich weiß es doch auch nicht, aber nicht. Wir brauchen noch drei solche Medaillen. Ah, Kiefer braucht noch 34 Minuten. Ah. Ja, drei Medaillen. Medaillen. Bitte nicht. Äh. Ja. Apu, weil du grad Predaillen sagst, weil du dir das gesagt hast. Hast du den Trailer schon zum neuen Alien gesehen? Oh ja. Ne? Das wird, das wird wieder back to the roots. Da hab ich ja Bock drauf. Ja, absolut. Ich auch. Alien Romulus, ne? Genau. Ja. Der gefällt mir sehr gut. Ist eine geile Stimmung. Ja. Den werde ich mir definitiv wieder gönnen. Ja. Muss, dem musst du aber großen Leinwand gönnen. Ja, ja. Da geh sowieso ins Kino, klar. Ja. Ja. Es ist Winter. Wir können quasi... Oh nein. Ja. Okay. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ja, deswegen bist du kein Wetterspinner geworden. Es ist Winter, Frühling. Na gut. Ja. Ich dachte, das wächst gerade, weil das Ding voll ist so irgendwie. Ich dachte wegen dieser Aubergine, aber die haben wir schon längst fertig geplant. Ne, du kannst ja... Also wenn du noch ein bisschen Geld brauchst, du kannst das große Feld noch, ne? Achso, die gelbe ist fertig, ne? Ja, so ein bisschen, ja. So ein bisschen. Minimal. So ein bisschen fertig. Ja. Die Nerven. Ja. Ready for the nerves. Ja, aber... Ober hier, der Ding ist voll. Ober ist hier voll. Der Ding ist hier, Aubergine ist voll. Der Ding will ich jetzt ungerne ernten. Ja. Wir müssten das, glaube ich, als nächstes auch mal vielleicht erweitern, oder? Geht das verbessern? Da brauchen wir 52 Eier. Und 12.000. Ja. Ja. Also ja, das wäre vielleicht das Beste, wenn man dies noch ein bisschen aufwerden würde. Bitte? Luft. Ja. Ja. Das ist... Man, die Hühner, da dauern noch Ewigkeiten, die Kuh dauert noch Ewigkeiten. Ich will hier noch Landwirtschaft, Terrain mäßig unterwegs sein. Terrain terrain. Terrain pepeng. Jetzt komme ich mit meinem Cousin. Hm. Alle drei zusammen. Hä? Mashallah, pipi. Das hast du gesagt. Ne, hab ich nicht einen Scheißdreck. Du kommst mit deinem Cousin zusammen. Ja, okay, die Wurzwein war echt ein bisschen bescheiden. Er hat Scheide gesagt. Oh Gott. Was sind wieder Backichererbsen hier? Ja, die haben mich vorhin angepflanzt. Tatsächlich ja so, hm. Es ist doch schon wieder voll. Ja. Was ist denn mit ihm? Wieso macht er da nix? Was? Jetzt sagt es dem Kollegen. Der ist ständig Pleite. Pleiten, Pech und Pannen. Oh Gott. Danke sehr. Ja. Mit Max Schautzer. Wie hast du mich genannt? Ähm. Captain Schnauzbart. Achso. Ja, gut, klar. Ja, wir brauchen noch 52 Eier. Also, wir haben 44. Ja, klar. Ja, da ist es natürlich doch gut, wenn man noch weiße Hühner hat, weil die recht schnell fertig sind. Ja. Weißt du, die doch nochmal machen. Einfach, damit wir zur Not mal drauf zugreifen können. Ja, dann mach doch mal. Ja, okay. Dann baue ich das da neben dem anderen hin direkt. Ja, oder hier bei dem Tanklaster. Dann tue ich den weg. Ja, da dachte ich auch, ja. Ja, genau. Dann platziere ich den. Nein, ich will den nicht platzieren. Ich will den. Ja, kannst ja jetzt zwischen die Fische oder sowas da. Ja, wenn der sich dann bewegen lässt. Schieb. Also, noch steht er hier. Ah, okay. Ah, so. Ja, lassen wir den Meister mal hier, ne? Ah, okay. Jetzt ist es denn so. So, White Chicks. Oh Gott. Wie lange brauchen die denn, bis sie fertig sind? 20 Minuten. Na ja, gut. Okay. Ja, das ist angenehm. Ja. Das ist absehbar. Ja, guck mal. Die brauchen schon über eine Stunde. Hm. Und die... Oh, warte mal. Hier sind aber Eier fertig. Oh. Dann nehme ich die einfach mal. Oh, nicht genügend Ressourcen, um die zu füttern. Die brauchen... Betreide. Betreide. Stimmt, das haben wir noch gar nicht angepflanzt. Ja, in der Olo ist seltener halt. Das kannst du doch gleich noch machen hier. Aber... Ist das nicht... Ist das die Jahreszeit dafür? Ja, aber... Mais kannst du anbauen. Mais, ja. Aber das wollen die, glaube ich, nicht, ne? Oder... Das ist ein Betreidesymbol. Ah, okay. Also, ja, genau. Okay. Dann ist es egal. Dann... Dann kannst du Mais anbauen. Ja, dann mach ich das mal hier. Ähm... Ja, gut. Geh ich zur Stadt. Und upgrade den. Ja. So. Was war das? Hast du ihm gegackert? Nö. So. Hä? Ich könnte den nochmal upgraden. 14.000. 60 Äh... 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 Mach. Das ist ja... Easy gemacht. Wir können fast nochmal upgraden. Okay. Aber 136 Birnen. Birnen. Warte mal, da gucke ich doch mal. Ob wir hier... Birnen haben mit Ü. Birnen. Äh... Warte mal. Das sind... Zitronen. Zitronen? Zitronen. Oh ja, warte mal. Beeren. Da läuft ja auch hier... Pfirsich hier drunter. Ah ja. Happy. Ich sammle die öfter nochmal mit ein. Können den nochmal upgraden. Haha. Okay, was brauchen wir? 20.000. 76 Salat. Wir haben 164. Ja, mach. Ich kann den nicht wieder upgraden. Aber der ist jetzt auf Stufe 10. Aber... Aber auf Stufe 6 oder 5 oder irgendwie so. Haha. Ah, easy. Ja, brauchen wir 24.000 und 84 Getreide tatsächlich. Also Mais anbauen ist gar nicht mehr so doof. Wir haben jetzt aber eine Lagerkapazität von diesen Auberginen von 320. Ja, ich sehe das gerade. Das, äh... Schmeckt. Da kann er sich so ein bisschen erholen. Ja, sehr gut. Perfekt. 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 Was wollen wir denn eigentlich hier anpflanzen? Jetzt stehen wir. Hm, hm. Ja, achso, hm. Ja, weiß ich nicht. Wir könnten durchaus vielleicht nochmal... Ja, ist die Frage. Richtig. Was wir nehmen... Ich wüsste es gerade nicht. Haben wir irgendwas Quest-mäßig? Aber wir haben ja alles da eigentlich, ne? Und mit dann haben wir alles, ja. Die normale Surini, 15 Minuten halt, ja. Ja, können wir machen, klar. Schnelles Geld, ne? Ist richtig, ja. Ähm. Ja. Aubergine ist voll. Äh. 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 Und meine Likes sind voll. Ja, perfekt. 30 von 30. Ja. Das nächste muss ich da laden her. Mal. Um diese Buffs da abzubekommen oder irgendwie sowas. Ja, ne. Weiß doch nicht, was da ist da. Anpflanzen. So. Perfekt. Sehr schön. Das sieht aus. wieder zurück zur Stadt. Und. Guck mal auf die Diamanten. Okay. Ja, ist ja gut. Ist gut. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ja, ja. Nun. Kann man mal machen. Ja. Ja, das kann man durchaus. Holy. Ja, das. Geht dann ratzfatz. Ja. Äh. Was gibt's denn hier noch? Oh, es gibt neue Blumen. Ah. Ja. Dann, ne. Aufgeberkannt. Rote Nelge. Red Nelk. 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 Ja, ich sammle gerade den Violettenwirsing hier ein, da kannst du vielleicht noch einen dazu pflanzen. Ja. Nein, heiß. Ja, gut. Ja, es fehlt noch, also es fehlt noch. Also es fehlt. Es fehlt noch, meinst du? Es fehlt noch, ja. Ja, okay. Aber ich habe gerade was Schönes entdeckt. Dein Penis? Nee. Nee, stimmt, der ist noch nicht schön. Ja, den brauche ich nicht zu entdecken. Bei der Größe. So, ähm. Nö, ich dachte, ich, äh. Oh. Das ist ein Schnacker. Also ich sitze jetzt im Boot drin. Ah, das wollte ich mir auch holen, genau. Ja, das. Ach, mein Gott. Ja, das ist ein Deko muss ja sein, das ist ja. Das stimmt, ja. Wie einfach, das ist mit einer Säge, das aufzustellen. Eine Steinsäge. Eine Steinsäge. Das weiß doch jeder. Ach, schön. Hm. So, passiert hier auch mal was noch bei den Hühnern hier? So, wir brauchen ja, stimmt, weiß. Gut. Also, das finde ich viel schöner, dass er so ein bisschen zu versteckt ist auch noch vielleicht. Ja, oder? Ja. Es ist so typisch, also, typisch wie du spiel. Vorm Öltanker. Ja. So ein typisches Videospiel hier auf dem Boot sind Feinde, wo schießt du drauf? Auf den Tanker. Ja, genau. Richtig. So Game Design. So ist das. So wird das aufgebaut. Wollen wir hier hinter vielleicht so eine Bushaltestelle bauen? Ach, nee, ist ja Quatsch. Da vorne steht ja eine. Das ist ja zu nah dran. Ja, ja. Das ist ja Quatsch. So. Ja, sehr gut. Hervorragend, hervorragend. Ja, also eine Bushaltestelle kostet halt, ähm, vier solche Medaillen. Ach so, nötig. Würde ich jetzt nicht raten. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Also da, es steht halt wirklich drin, erlaubt dir schnell zu diesem Gebäude über die Karte zu reisen. Ja. Ähm. Das lohnt sich auch fast. Wie groß wird denn die Karte? Groß. Wenn du das mal beäugst. Weil Schnellreise. Kaufen, vier Medaillen, 20 Erfahrung. Easy. Im Besitz. Null, klar. Von, 45. Äh. Nun. Wie groß wird die Fickkarte? Nö, die Karte wird genauso groß, wie sie gerade aufgezeigt ist. Wenn du auf die Karte gehst. Also ich kann nicht woanders hin, tatsächlich. Ja, ja. Du musst sie dann halt aktualisiert sein und dann wird die halt noch größer und größer. Uff. Echt, die wird noch größer? Ja, ja. Also wir haben mal ganz klar angefangen. Ach mal. Weil stellmeiste, stellmeiste laufen wir ja außerhalb des Bildes. Ach. Ja, ja. Stimmt, richtig. Wenn wir halt ein neues Gebiet hinzukommen, dann wird die Karte größer. Also das zoomt sich weit raus, tatsächlich noch. Scheiße. Wir haben hier noch ewig zu tun, das weißt du schon, oder? Ja, sehr verständlich. Ach. Aber das macht uns doch Spaß. Nö, ist ein Kackspiel. Und nachdem ich hier das hier spiele und ich hier viel Spaß habe, freue ich mich tatsächlich auf den Landwirtschaftssimulator. Du musst sehr viel Spaß haben damit, glaube ich. Sehr, sehr viel Spaß. Ja, ich habe die Teile, was ich ja sagte, ne? Ja, ja, genau. Die Stunden und Teile. Ich habe das halt nie wirklich ernst genommen, weil... Aber das ist halt wirklich ein gutes Spiel. Ja, es ist auch wirklich so, wie du halt fahren machst. Also du musst halt wirklich, äh, du musst flügen, du musst grobern, du musst halt wirklich Saat ausmachen, du musst düngen, du musst gucken, dass deine Bereifung richtig ist, sonst machst du deine Ernte kaputt. Also da ist schon wirklich ne Simulation dahinter. Ja, ja. Das stimmt. Und die macht halt auch wirklich Spaß. Wir haben keine Auberginen mehr. Ich will dich noch mal kurz anmerken. Das ist okay. Oder für Fische. Fuck. Ja, Fische sind fertig. Ja, und waren voll. Ach. So. Der Mais braucht noch fünf Minuten. Der Mais. Wir haben aber auch keine Quest mehr, ne? Gar niemand. Nichts. Na, da nennt er. Äh, eine Jersey Coup. Ja. Neun von zehn. Ach so, wir müssen noch eine Jersey Coup quasi... Nee. ...hinbasteln. Nee, wir haben 18. Ach so, ach ja, das ist abgehört. Äh, ja, okay. Aber es uns fehlt halt, also, die ja wohl zehn haben, aber auch nicht neuner. Die brauchen aber noch nicht, doch zwei Stunden. Ja. Und der Thun auch. Nach 45 Minuten, ja gut, klar. Kiefer halt. Ja, 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 ja. Oh, warte mal, bei Kiefer muss ich mal gucken. Das war vor einer halben Stunde noch eine halbe Stunde. Ach so. Ja, ich glaub, das ist nämlich so gut wie fertig. Nee, noch nicht. Die brauchen... Ah, okay, 15 Minuten. Echt? Ist doch wenig Zeit vergangen. Ist ja frech. Na gut. Ja, echt. So, was hast du hier? Birne. Birne können wir da... Oh, ja, Birne können wir einsammeln. Ja, ja, ja. Banade. Hm. Ich sammle jetzt diese... Bären da mit ein. Bären mit ein, ne? Ja, 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 ja. Das erlaube ich. Oh, die sind eingesammelt worden. Hm. Hattest du die eingesammelt? Nee. Okay. War ich das? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Mich Steve Irkel fragen würde. War ich das etwa? Scheiße. Hallo an deinem Dach, ey. Ja. Fand ich super. Hab ich immer gerne geguckt. Ja, ja, ich auch. Ah, hat es sich noch gelungen, sowas zu gucken. Ja, wirklich. 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 Wieder rumspielen, rumkleistern. Was ist denn eigentlich jetzt hier Neues? Ja, rumspielen. Ah, ja. Oh. Äh, nee, nicht hier. Das will ich dann schon in der Küche haben? Ja. Oh.